Die Funktionen sind die 4 Hedalen hier, also Steuerung 1, dass sie funktionieren. Was für den Rest ist, man muss es von Hand mit dem Kippschalter stoppen, wenn man nicht mehr drücken will. Das ist ein Bogen innen, zwischen den Bogen innen, gut. Nochmals, aha. Da ist der Rake drin und der Rake bekommt dann die Farbe. Ja, genau. Das ist praktisch durch und drückt durch.